Gönnöwes! Kann ich hören? Gönnöwes! Ja, das ist ein Möchtiger Oben von der Ohn. Man bittet ein Regen, das war lange überhanden für ein Gebet. Und dann Regen, das. Ab Ort steht ein Hafge, das aufhören Geräten, ab Ort steht ein nicht. Aber irgendwie, das ist nicht smaklich, nicht? Ja, so, und willkommen hier von der Osobis. Wir freuen uns, dass ihr hier so seid. Und eigentlich, wir wollen ein guter Oben haben. Das ist ein Oben, der, wir sagen dann einmal, der Dynamiker. So, dass wir das tun, haben wir ein bisschen anders, was wir, ich weiß nicht, wie wir hier bei uns, ich wollte mal den, was wir hier tun haben. So, wir wollen ein bisschen anders sein. Einmal haben wir, wie Ludwigs, hier verprägt. Nächstes Mal haben wir kleine Gruppen. Nächstes Mal haben wir Bibelstern, nicht? Falsch, wie falsch. Und von der O, weil wir bloß, ans von Wort, von den Timers, von den Botschaften, die wir hier getan haben, weil wir uns von uns erholen. Und das, wenn wir uns wollen, dürfen wir uns erholen, das geht gar nicht um, irgendwer im Proven Aurecht zu prüven. Das handelt sich bloß um, wir wollen lernen, einer von den anderen, einigen Menschen, die haben meine Uppenbohrung von einem Ding, der andere hat Uppenbohrung von anderen Ding. Und danach, weil ich uns so sagen, wenn wir durch das christliche Leben wussten, und ich glaube, das ist nichts mehr erreichend. Tieren, die drei, die gewisse Dinge, sage ich anders an, in den Zeit, wo ich gewissen, in die Lehre habe, dann kommt einer mit einem Wort, mit einem anderen Staub haben, von einem von den Dingen, wo einer in der Bibel verstorben wird. Und ich glaube, das ist bloß ein natürlicher Port von Wosen. Wie du, wo wir sind, und sie kennen ja, die haben ein von den, wo sie die Dinge verstorben, von der Bibel, und das ist so interessant, dass die Bibel einfach genug ist, dass unsere Kinder, die können verstorben, und das ist nicht mehr lernen, und dann hast du abgeworfen, lernen, die du mehr. Und wenn wir schreit sind, 20, 30 Jahre als ein Christen gewesen, dann kamen wir mehr, fingen, lernen, die du, was wir sind. Und ich glaube, unsere Predigt steht da, und wir haben uns eigentlich mal ein Challenge gegeben, weil die Dinge sein, die haben ich studiert, und die haben die Dinge erfahren, und dann können wir uns damit wieder von erholen. Und dort ist das Ziel von der Ausruhe, wir wollen uns davon erholen, und ich wollte mit dir sagen, wir predigen, wir haben drei Botschaften gepredigt, und wir wollen das mit uns in drei Porten machen. Wir waren von den ersten Botschaften, und wir wollen das mit uns in drei Porten machen. Und wir wollen das mit uns in drei Porten machen. Und wir wollen es dann auch ein bisschen Zeit geben, für Frauen wie Frauen, die irgendwie Frau haben, und dann die tweede Porten GOD- und der dritte Porte, wenn die, dass mit ihr, was wir wollen, und dann hier, wo die Frauen eine Frau haben, das ist dann, dann sind sie ganz frei, dass die, dass sie dann, Frauen was sie sehen. Ich bin ein bisschen nervös, denn erst wenn ich das nicht habe, dann spät es sich anders. Ich bin nochmals willkommen hier, weil wir hier aufmerken können, wo wir uns abhören und wissen können, und was wir lernen können. Ich bin gleich ein bisschen falsch, von dem, was wir lesen haben, dann müssen wir das 1. Thessalonische fieferische Feftieren und so weiter. Paulus, der wird mehrere Dinge abnehmen, und ich werde das nicht lesen, und er sagt, das 1. Thessalonische fieferische Feftieren. Seid du nur, dass keiner den anderen mit schlechten Trehtunen wird. Seid immer froh, hold on mit Beden. Seid in alle Leer und Dankbar, wie es Gott in Christus Jesus von dir verlangt. Und ihr trägt den Geist nicht. Veracht nicht, was prophetisch gesagt wird. Und ihr seht alles, in was Gott es hält vor. Und ihr seht alles. Und ihr seht alles, was was Gott in sich hat. Und ihr seht alles, was Gott in sich hat. Und ihr seht alles, was wir tun können, was wir tun können. Und in ein von den Versen, wenn wir uns das nicht vertellen, ich glaube auch immer, eingepredigt sein uns dort, wenn wir prüft, was ich sei, und dann das Goude beholt. Paulus sagt, hier prüft alles und beholt das Goude. Und das ist auch, was das Ziel ist mit uns. Weil wir das prüfen, und dann das beholen, und dann unser Leben anwenden, was wir dann führen. Und das ist auch so, dass ich sage, dass ich das so kurz schläge, dass ich das so kurz schläge, wir wissen noch ein von den Geschichten, was mich im Denk der von Jesus in den Glauben ist. Und das ist auch die Predigung der, dann verteilt die die ganze Geschichte von den Sämonen. Und dann sagt er, dass er das sät, und das Wort fällt unter den Späckern, und das Wort auf dem Weg. Und so verschiedene Dinge, wo er alle Hand vollen hat, und dann muss er irgendwo ein toller Apport sein, und dann seien Jesus seine Gänge mit einmal in Markus' Feierfest hier. Aus Jesus allein wir, früher in seiner 12, und noch andere in früheren, was das Glegnis bedeuten soll. Also, die Jünger, die können doch nicht verstehen, was Jesus heute mit gemeint, und dann sagen sie, was soll das bedeuten, das Glegnis? Und dann haben sie eine Unterhauung und Jesus erklärt dort. Und ich glaube, dort, wenn wir rieb waren, und ans Gässig leben, und so wieder dort, dann waren wir Frauen, und wir waren Proven dann, tellieren, und sagen, was, ja, Frauen, dann schreien wir Antworten, nicht? So, willkommen hierzu, und wir wollen nach Taubäden, und dann, wo ich das, junges Frauen ist, wir wollen nach Ferien kommen, und dann fangen wir mit das an. An das Leivetal, ja Gott, wir kommen, wir freuen uns, und danken die, dass du mit uns bist, wir danken die, dass wir hier in Kansas steht, uns versammeln, das ist und sowas, wir danken die für jedem ein, wer hier ist, für all die Kinder, für die Erwachsenen, wird hier sein, wir freuen uns dort auch, und wir danken die auch, dass wir immer von ihnen lernen können, und wir möchten das auch bloß in Oven sein, wo wir können, abgebüht werden, wo wir können, bloß Dinge in unser Leben anwenden, und sein, wo wir die können, in unser christliches Leben, die können, die können, dass du das in Oven sehen, und was wir uns hier vertellen, tun, dass das können, abgehend sein, und dass wir, dadurch, können, bestimmen, sie einzukriegen. Wir laden die an, mit uns hier zu sein, in dessen Oven, in Jesus' Namen. Amen. So, ich würde, Predje Henn, Frauen, und, Pastor Tokayo, und, Isaac Dirk. So, weil wir hier so nachkommen, und dann, weil wir mit der, Unterhauung, anfangen. Dann kommen wir hier so. Wir haben hier so, so dass wir alle weißen, Predje Henn, die drei Bautschaften, Predjen, und die Zeit, die wir alles geben, nicht bloß 10 Prozent. Und die zweite Bautschaft, wir, die Krofalle, oder unsere Regierungsmenschen, beeinflussen, mit sozialen Projekten, dann. Und da drehen wir, was, was hält uns, oder was sind die gewöhnliche Dinge, was uns drehen, zum Götet tun. So, Henn, ich würde gleich mal zu fragen, woher kam das mit dieser, äh, Bautschaften, woher kam das, dass du von dieser Bautschaften redest? Ja. Ähm, der hat, die drömmert, eine lange Zeit, aber, äh, 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 die drömmert. die drömmert, woher.. die drömmert, die drömmert식 connected, die drömmert existenten, die absolut mit deroth密eschön geholfen würde. Wir haben, die betre SAS Ephraim States auf dem Guter dadance begonnen, und es sind für die Dinge, was sie sagen, wo sie sagen, dass Jesus sagt, ruht nicht bloß die Menschen an, oder die Familie, die Nubasch an, ruht die an, wo die nicht Anträge geben. Und so ein Ding als Jakobus bürgt, die dort wird Challengenden sein, wenn die diesen Seinen bloß Gottes Segen sein, und denen nicht geben, wo, dann wirst du den Glauben ohne Worten. Und das ist alles in der Zeit, was mich auf Jürgen geredet, bei der Konakten da, und was das wirklich in der Jürgen-Tremission an der Basiskel-RS, merken das, dass ich ein Ding, immer hat irgendwo abgefunden, durch andere Lern und so weiter, dass ich das nicht Social Work mit dem Evangelium verbinden. Und nur auf der Räse, war mir das klar, das waren doch ein tolles Ding, und jetzt ist das, der Jünger, der denkt, man hat die Jäse, ich weiß, ich weiß, das ist ein tolles Ding, alle Jäse-Sin-Dinge, was der hat täglich mit einem Wackelt, mit Predigen, und dann der erste Kurs, was der hat mit täglich entwickelt, und was die Kuppe sein, dass dort alle Tauben, aber eins hat mich inspiriert, und dann, wenn ich dort, ich schwester, dort, antwortige kann, und dann früh, hat mir die Frau halt uns ab, von dort, und dann, wieder bloß, der Bekanse, der hat mich befallen, dann sehe ich da bloß. Dankeschön für deine Antwort geben, und die erste Botschaft, von der Serie, von 3, dort sehe ich alles, nicht bloß 10%, und ich weiß, ein von den Frauen, das hier, Wortschatz, für Dinge, was wir können, auch recht verstehen, oder recht verstehen, wenn wir, wenn wir den Sorts dort sagen, dann. Ich will vielleicht, dass ich jetzt noch antworten, erst, kann ich, ja, vielleicht kann ich antworten, aber, aber, ich konnte nicht antworten, ich würde sagen, was, vielleicht können Sie, was, vielleicht können Sie, verstehen haben, dort nicht meint, dass, jeder einer, soll einfach physisch alles verkaufen, und dort geben, und, ich würde gleich, wie wir von dort bedrehen, aber, du kannst, wenn ich andere antworten habe, das ist ein Missverständnis, was ich vielleicht kann, hier wahrzunehmen, dass, jeder einer alles wahrzunehmen muss. Ja, ich würde gleich, ein bisschen antworten zu dort, ich weiß, dass es die erste Botschaft hier ist, für mich, die erste kommt, wie ich in Lisa, wir sind, wir sind, in Basis, von so einer Gruppe, gekommen, wo, wir alles, sei, war gepredigt, alles geben, und, ich war nicht, zu viel schlacht, zu sein, aber, ich dachte, weil ich, das Götetreden, und, das habe ich dann, mit dir, da, so, ich habe mich rutspiziert, und dann, von mir geht, von dieser kleine Gruppe, wo, du, zuhause kommen, und, dass wir, füttz, wird das, sei, wird sehr klar, zu sein, dass wir nicht bloß in, in social gatherings, dass wir nicht bloß in, in, in extra Dingen, wo die auch noch deuten, dass wir, das wir erleben, dass die, zuhause zu einander abhören, und, dass die, so, werden, in, jebeten, oder, oder, Bibel stehen, oder, woher, dass wir, zu sein, mehrere von denen, wir, ich habe nicht Zeit gehabt, haben, eine Hausfahrt, nicht, Buden, in Rennwerken, die, haben, das dort gerutscht, wenn, wenn, das wäre wichtig, dass wir nicht bloß von denen, nicht Zeit, das ist, zu, was wir berupten sind. Und, in der, in hospital, die, sehr hoch das ist, das ist, wie lange allein, ist, es ist, bekehrt wir, meine, alte Freund, höre ich nicht, nie, freut ich auch noch nicht, so, ich finde, dass diese, gröb, von, dann, wir, immer, irgendwo, ein, gelohnt, und, wir, immer, entfernen, weil wir, die, wissen, wir, ein, Single, Guy, wo, tu, Schofen, Deit, und, allein, wohnen, und, dann, drückt, wir, mit den Städten und so weiter. Wir hatten die Idee, dass wir nicht mehr essen können. Wir haben die Idee, dass wir nicht mehr essen können. Wir haben die Idee, dass wir nicht mehr essen können. Wir haben die Idee, dass wir nicht mehr essen können. Wir haben die Schwierigkeiten mit den Auserwohnungen. Wir haben die Ärztinnen und Ärztinnen. Wir haben die Schwierigkeiten. Wir haben eine Schwierigkeiten in den Riza wohnen. Wir haben die Schwierigkeiten und das sind die Schwierigkeiten. Wir haben es nicht mehr zu fühlen, aber wir haben die Schwierigkeiten. Und für mich, dass wir ein Fan haben, dass wir ein Fan haben, dass wir 100 Prozent geben, aber dann die andere Seite von dort, wo ich auch noch ein bisschen erzähle, dass es nicht lange dauert, aber wenn das so sei, wenn eine Probe das merkt, das ist das System, also das ist da, oder wenn man auch noch Peer Pressure hat, das ist das, was wir tun, dann wenn du irgendwer hast, wo du nicht ganz mitkommst, dann wird es gerecht, dass du nicht noch das vergisst, oder ohne das, dann hast du auch eine Temptation für Hechlerie. Ich will nicht bloß sagen, nur von der und weil ich nicht rüttfohlen darf und jährlich mit, dann werden wir einfach bloß tüßt bleiben. Dort, sonst muss ich immer sagen, ich will immer machen und empfehlen, dass ich nicht nur eine Tatsache mit Gott und ich will bloß allein sein mit Gott. Oder ich will nicht eine Tatsache für meine Familie, ich will eine Tatsache für meine Familie. So eine Antworten, die werden acceptable, aber bloß sagen, nur ich sage, ich will nicht, dann wirst du karnisch, dann wirst du eher fleischlich, dann wirst du wundern, was du hast bekehrt. Und so, ich glaube, so ja, dass, okay, ein Eindig, was wir dann sagen, wir, so eine Kirche, wo du, wo du, wo du glauben, okay, ich habe meinen 10% gegeben und ich habe meinen 2-Stunden-Werk gegeben, aber ich habe mich gefragt, aber ich habe mich gefragt, ob ich nicht mehr schuldig bin, ich habe meinen 3-Stunden-Werk gegeben, aber ich habe mich die 2-Stunden-Werk gegeben, aber ebenso als für mich leben, das ist das, was wir sagen, das ist das, was wir sagen. Und so, ich meine, wir waren eine solche Judgmental-Gruppe und wir würden dann, wir würden dann, ich meine, wir würden dann, plus, sehr hart gerecht, dass sie, dass sie ein Happy Kid, es könnten dann sein, dass sie Christen-Mönch sind, wenn sie nicht alles geben, nicht so. Ähm, und dann, ähm, dass wir nicht bloß alles geben, also alles geben von Tiet, und, 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 und so sei der Druck ab, dass ich nicht mehr befrieren kann, mit wem ich mich befrieren will. Gott muss mich sagen, und ich seh doch, der Hinn, ich hab eine Feucht, dass Gott will, ich soll mich mit einer gewissen Mönch befrieren, dass wir nicht ließen, dass ich, wenn ich frei bin, wies ich mich befrieren kann, mit wem ich will. Aber ich wollte sagen, es sei leid nicht so ein Schmuck, aber es sei da in der Kirche. Und ich will mich später sagen, Gott wird ab einmal sagen, du musst dich befreien. Und ich habe so sehr Angst vor Gott. Aber das ist das andere, das wird so sehr passiert, wenn du ab einmal nicht befreit hast, wenn du nicht 100%, ich meine, wir sind gekauft, dort ist eine Schrift, dort ist es ganz so. Aber wir sind auch hier in unseren Kindern. Gott sagt, wir sind an unseren Kindern, wir haben vielleicht eine solche Fähne für unsere Kinder, was wir ab einmal für dich wählen. Aber wenn du gerade jemanden wählst, dann sagen wir nicht, dass wir dann sagen, hey, dann best du, ich habe nicht mein Kind. Dort werden wir nicht mein wählen für dein Leben. Dann werden wir die Proven unterstattet, was sie gewählt haben. Und gerade so hat Gott mit uns gesagt, die haben ein Wort Säuerfeindert geplant für uns. Und wir wählen ein Wort weniger. Ein Wort, was das alles fleischig ist. Ein Wort, was das alles für mich ist. Und wir haben die Freiheit dort zu tun. Aber ich weiß vielleicht, was das beste Ding ist für dich. Und ich wünschte, dass es nur das wäre und was ich für dich hätte. Und das dachte ich nicht. Okay, dann weiß ich, 20 Jahre von mir, das muss ich sein. Ich habe dort, wo die Blumen für mein Leben. Gleich so war es wie Ola. Wenn wir gewisse Träger haben von Gott schon, von jedem von Gott, oder von Ihren Jährlichen, wir wissen Gott hat ein Blumen für uns, wo in der Zukunft wir wollen nicht sagen, hey, dort wird das Baste. Aber die Niederzwerden wird verantwortet. Wir glauben, dass das Baste erst nicht kriegt, wird Gott gleich. Okay, vielen Dank schön, Isaac, für das Mata. Ich würde hier hin, hier gleich und bloß noch die Frauen. Wo sind das? Hast du ein paar Biespälde? Vielleicht nicht so lange, aber hast du ein paar Biespälde? Wo sind das, wenn wir alles geben? Und dann kann Tokio vielleicht noch sagen, das wird erst nicht vor davon. Ja. Ja. Ich habe die Frauen. Ich lege diese Frauen, die Frauen. Ich habe das mit ihr geliebt. Ich glaube, es scheint nicht zu sein, wenn andere das zu mir machen. Aber ich glaube, es scheint mir zu sein, aber es scheint mir zu sein, dass es etwas getan wird. Ich kann es nicht mehr wissen, wenn sie das weggeben. Wenn andere nur die Antwort geben. Und was wird das am Anfang? Wenn wir glauben, dass wir alles verkaufen und alles geben. Aber Jesus ist zu stolz, dass die Menschen auch sagen, dass die Frauen sind. Und wo ist das für mich wichtig? Wie ist das? Dass wir alles geben, dass wenn irgendwer nicht in der Begehung ist, dass Menschen als Priorität. Und das kostet Zeit, Geld, das kostet Geld, das kostet die... Und ich weiß, dass es gleich in den anderen Seiten von dort war, wie ernsthaft das hat, dass auch Familie gekostet. Tid von der Familie gekostet. Und dort hat es... Dort war mir alles geben. Dort war es, wo ich mit dem Beispiel war, wenn es in der Begehung wurde, dass wir mit dem Beispiel nicht mehr tun haben. Und das Beispiel von Jesus wurde, diesen Samariter, der traf nicht, erklärt uns, was Jesus sagen wollte. Der andere wird nur ein anderer Dinge, wie er das versteht. Und wenn das richtige Mensch kommt in der Kampagne, wo man sagt, ich will nicht, wenn man sagt, ich will nicht. Wenn ich hier in der Hüste fahre, dann will ich sagen, ich will nicht. Ich kann so nach einer Predigt gehen und Party haben. Nun nach so ist, da hat er die Hüste-Bertig-Partys gesagt, ich habe nicht gehört. Aber ich glaube, ich kann es losgeladen, weil ich es nicht mehr gemacht habe. Aber bloß alles abgeben, wo man das im Ort, im Alter leihen, und dann wird Gott addet. Weil ich wollte ohne Sie von Nordrück sein, dort hast du euch so, wenn wir uns so Wundergläuben und so Arakgläuben hast, literally auch dort zu nehmen. Some von uns, da hast du den Raub, alles zu verkaufen und zu geben. Und wenn, warum kann ich das nicht sagen? Was ist ein Eigenbetter? Wir haben das zu tun. Wir würden ein Großes-Farmer sein in Ontario, irgendeinmal, gerade ein Millionär sein, wenn wir das nicht getan haben. Wir wären in der Raub. Wieso ist es okay, wenn wir das tun? Wieso bist du so in der Stadt, wenn ein Kleidung tieflässig ist? Also, wie ich sage, das ist auch in Japan, ein Kleidung auch zu tun. Das ist auch für die Letzten, die wir das getan haben. Wo man Monika, Monika kriegt die, Monika Watson, die kriegt die Bäcker von der Barste, nursing school, hospital school, in Guatemala, sie würde von dir auch eine große Nurse sein, da kriegt die Ola für Friede, wenn er sein Gericht dahinter ist. Weil sie haftet ab, die Gif und ich hier, das ist ein bisschen noch hier. Wo das immer sagt, okay, und wir können nicht ab jedemstens challenge und sagen, hey, George Miller hat die Orphanage geholt. Einste von anderen Männer hat die Politiker, die Bogen fahren, die keinem Lohn fährten. Die geben alles ab, like, literally. Wie weit ne, vielleicht nicht haben. So, ich wollte die Idee, weil die Idee auch rutscht mich, in dort eigentlich, dort ist es auch literally gemeint. Aber die Gourde lats, ist dort ein Raub persönlich für jeden Ein. Nein, aber ich entschuldige, wenn das nie nicht, woran ich gemeint habe, na, ach fängt, ich verrät mit dem, aber in der Körg, ja, nur die Pressure. Und deswegen, eigentlich fluch, ich sage, über die Chair, und mir wird das wichtig. Der andere Ding, würde ich mit dem Tipp, was schlimm sein ist, dort, ähm, so eine Grip, das Kalkwort, Isaac von Reden, er sagt, ja, Peer Pressure, wer nicht, der hat einen Judge, und dann wird er gejudged. So, der macht, wie so ein, so ein Apostel fähr. Bloß, ich würde sagen, der andere sieht er auch. Wenn einer, der in Viola-Gläufen, dort ist, so ein Radikal, als Johannes wir, so ein Radikal, als Jesus wir, so ein Radikal, als Paul ist wir, das ist ja nicht klug, was ein Ding, der Post hier, wo auch ich mag. und dann wird er in die Judge. Das ist ein Ding, was von Bad sieht, und ich glaube, das ist mit Maturity, wenn wir die Balance haben, von alle sieht, dort ist ein Gottesrope, und wir haben die Freiheit. Ich glaube, das wird Isaac expliehen, von der Frau Männer sagen, wirklich haben wir die Freiheit, zu wählen, und Gott uns Frieden geben. Das ist ein von meinen, ich glaube, der war ich von Denken, und ich glaube, das ist ganz biblisch. Ich glaube, es wird hart, wenn ich denke, an den Timer, von allen, wie, ich glaube, wie, nicht wie Jachten, aber wie, wie handeln, zu tun mit einem Timer, wo du, ich glaube, viel dabei ist, als 100% jeden, oder du hast zu tun, mit uns, an die Comfortzone, holen oder verluten, und wir denken, an wer wir sind, als Kinder Gottes, ich meine, China, wo soll ich sagen, China, keiner soll so sein, reizt sein, zu mehr geben, und verlangt, als von uns, als wir, als Kinder Gottes, wehen, wir sind, wir gehen uns, wir gehen uns, wir gehen uns, wir gehen Jesus, und wenn du erst in der Welt, gewusst bist, wie Jesus, der verleiht den Himmel, er kämpft in der Erde, er geht auf alles. Und, ob er, es ist all die Zeit, wenn du fragst, nicht wie vor, oder eine Danger, wird wie sein, ich glaube, wenn du es an jeder Zeit in Danger, aber, ob er, ob er, ob er, ob er, die Anstellung, oder den, ja, die Attitude, was er hier ist. Wenn ich denke, an, alles geben, wie kann es, so, wie kann es, wie kann es, so, wie kann es, die Kür, in der Grunde, sein, jemanden alles geben, wenn das, was Jesus, sagt. Aber, wo er, das ist, ist ein ganz anderer, weil wir, wenn Jesus, wenn er, von alles geben, wird wie vielmals nicht, charakteristisch gesagt, du würdest vielleicht, ein roten Haus vorne, nicht alles vertreten, aber, dass er früh wird, in den Tempel, in den Tempel, die leuchtet, die selber stecken, dann, der, die, mei, aus, was, die können, geben, sozusagen, sein, aber, und dann, sagt Jesus, das, das, ich hier, und, zufrieden, mit dir, aber, dort ist nicht mal, dort ist nicht mal, der Punkt, du hängst, das, ich bloß, das ist so früh, auf Mai, was ich hier, oder, top haben, und, wenn du was nummerisch nehmen, der, ich nicht mehr, ich meine, nummerweise, hat er viel weniger, aber, was du hängst, dass er mit einer rechten Anstellung, geeft, und, ich glaube, wenn es, einmal, dann, dann, habe ich, 10%, oder 50%, oder 100%, und, dort, Jesus, das, hängst, an, Gott, hat er so recht, aus der Brücke, ans Jalkwech, aber, der will ans Hort, nicht, und, ich glaube, wenn wir dort, 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 dort sein, dass es eine Attitude-Anstellung, eine Anstellung, wo, da hingehäß, dann, sei wir, gehorsam, und, wie, im, war, Gott, wird, zu mir, ein, sein, ich soll, alles geben, zu dir, das, die, 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 aber, ich glaube, wie, soll man, geben, das, was, 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 ein, principle, oder, ein, was, für, alle, Christen, ever, reinschauf, dort, es, nicht, because, wie, eine, Hüttertula, Bischbel, Ich glaube, Ich würde sagen, die Hüttertula, die, 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 Prinzip, aber, was, dort, ist, dort, da, die, religion, von, der, die, 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 sind, Gott sei Dank, dass, Erwachung, was, zu besieren, aber, ich meine, das, eine, Da, die, die, Sie, da, ich, biblisch, das, das, die, von, von, 15, Jahr, Luther, mir, hitt, so, die, 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 und, Und, ich, und, ich, da, die, Prosperity, Gospel, das ist eigentlich so. Das ist ganz einfach. Wenn die Verbraucher zu merken, dann wirst du verrückt werden. Wenn die Jaffs verlieren, bloß dort verdient werden, das ist ein Problem. Und das ist so ein Verständnis. Gleich eine Karte für Frauen. Du sagst, alles geben, Menschen, achten uns an Geld und Sachen. So, ich konnte das verstehen. Aber wo ich tue mit vorigem, wenn ich verlegen war, hier ist einer, der hat eine Ponschale. Und da ist der Jan, da ist der Halb, und da ist der Pfund nachher, du fährst mit dem Spazieren. Und ich kann es nicht schaffen, oder du fährst wieder zu drehen. Wo hat einer dann einmal im Balance? Oder dort einer sagt nicht, dass die Nachheber schuldig fallen will. Ich weiß, mein Geld oder meine Tät regt man so und so weit. Und das ist eine große Neute. Wo wird mir dort gefallen vor dich? Ich kann um unsere Städte sagen, ich glaube, wir haben alle an den Nächsten. Ich kann nicht die Nächsten. Wir haben dort wenig die Nächsten. Du, wo Jesus der Bischof verteilt wurde, von dem, wo er in der Reihe gefallen ist. Du, wo er früher warst, wer ist die Nächste. Und meine Antwort wird dort sein, und ich weiß nicht, dass wir alle an den Nächsten haben. Ich wollte über den ziemlich gut, dass ich mich hier rüht drehen wollte, weil das oder so. Aber das ist nicht mein Tag hier. Ein Problem, was ich als Pastor getan habe, ist, dass ich ein Problem, uns an den Nächsten zu halten. Und das ist für jeden, dass wir an den anderen sind. Und das wird meine Antwort sein für dort. Wir können die Welt nicht lösen, aber der Gedanke ist, was wir nicht, das ist das, was am Nächsten vorbeifahren wird. Wir haben ein paar Drogen, wir können Geld mehr an, und die Luft wird hinterlegen. Ich würde noch ein Ding sagen, aber das, ich meine, wir haben den Denken, so wie wir sind, und so, wo wir sind. So, das ist ein Ding, was wir kennen, von jedem. und das ist gleich der größte Motive für geben. Das weiß ich, dass es nicht bloß, dass wir das weggeben, dass es etwas weit planten. So, wie viele waren wir da? War ich 10%? Und das ist der ganze, der 90% von meinem Flagg oder war ich das ganz? Und das ist gut, das ist ein rechtes Gott, ein rechtes Rechter. dass wir in China viel mehr geben, als der Nächste, und dann noch nichts verkriegen. Dort ist, wenn du, das ist gleich, was wir hier an der ersten, nicht dort, wir haben, wir wollen, wir sollen alle unsere Geschäfte verkaufen, und dort alle weggeben, und dann hier oben stehen, und nicht weiter, wo wir wollen, unsere Familie feiten. Aber, ich sehe dann, 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 wenn, diese Rede, eins zu wem, die Motiv, da haben wir da, wenn du einer hast, wo das wird da, dort merkt auch, so ein sehr großer Unterschied. Und so, wenn wir auf sind, Gott sind drauf, und dann noch weiter, wenn, wenn ich das da, das nicht direkt verspielen da, die, 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 ab mit dem toi, und, sie wollen einmal Verspiel Bonnie und dort versuchen, so wie man noch denkt, das geht. Das ist ein guter Punkt. يت Imasing von Jun naw? Ich will hier eine Sünde haben zu einfach zu meinen Kernet, das einen Segenged Platz aber sehr verstehen. Hier wird die erste Botschaft von alles gewonnen. Einmal wurde das Bischberg gebürgt. Wir wollen unser Leben ab den Artur allein für Gott. Das Leben mit dem, was Gott uns gesehen hat, mit der Schaffung, mit alles, was wir haben. Und wir haben das hier bloß, wir brauchen das, wir schaffen das. Und dass wir dann waren, äh, sensitive sein oder sein, wo Gott uns beraten hat, wo wir eigentlich gehen. Und von uns können wir einfach alles verkeiten, dass wir hier sein. Und von uns können wir bloß die Menschen, was wir beginnen. Und von uns können wir vielleicht Geld geben. Ich meine, dass wir bloß an der Sachen aufhören, mit einer aufhören, und hier können wir uns sagen, was wir sollen. Und unsere Aufgabe wäre es, tritt zu sein, zu Gott. Ja, ich werde das Thema, es ist ein schöner Thema. Mir fällt bloß noch ein Ding, das ist wichtig. Weil wir reden von alles hier, ich würde sagen, wenn wir spät, wo wir alles geben, was ich kriege, dann muss ich wenigstens an zwei Dinge denken. Tschüss, es ist wichtig, dass wir da kommen. Und dann ist es wichtig, dass wir aufkassen. Und dann haben wir nicht gedacht, dass wir nicht leben, mit Luxury leben. Erhoffnungen, ja, Ziel erstellt. Und dann haben wir die Basic Needs. Wir brauchen uns nicht schlag, weil wir geben und kommen zu diesen Basic Needs. Und ich glaube, daraufhin gelten wir für die Arme. Und wenn ich stehe, durch jeden Tag, dann hat man eigentlich mit Eten, mit jemandem was irgendwie an den Tag bringen. Vielleicht, weil ich sage, wenn wir Geld geben, ich kann nicht einen guten Verlangen zu geben, wegen wem von uns fehlt dort, nicht? Einige von uns würden vielleicht auch die gleiche Nachhören zu geben, weil wir auch sagen, Rutschmin. Aber wir haben da die Basic Needs. Dort würden wir auch direkt, wo ich stehe. Ich habe Freunde in Kansas zu sein, ich sind vielleicht blind, aber hier, das sind 400.000 Rammens, ich weiß nicht, ein Wort, was fehlt. Und wo, wo je weg. Und so, das ist noch ein scheinere Timer. Welcher Timer? Wo reicht wir uns dort an mitgeben? Muy bien. So, unsere zweite Botschaft, die wir da haben, wollen wir die Krofalle oder unsere Regierungsbeamte, die beantwissen mit sozialen Projekten. Kannst du noch einmal mit Taubfoten, was du mit meinen Deits oder Sagen Deits? Ja. Du hielt sich den Timer mit der Botschaft und mit dem Timer vielleicht mehr mit, und da war auch einer mit einer zu tun. Aber, was du wirklich handtriegen wolltest, ich sage, wo kann man denken, wo unsere Krofalle, unsere Regierung, die Menschen anzuladen, und da beeinflussen wir gerade mit so den armen Haupen, dass die nicht mehr wissen, was hier angeht. Dass die werden impressed, dass die Menschen bei dir kommen, dass die so eine Horde und so eine Leube haben, um diese Haupen. Und dort habe ich auch gefangen, wie wollen wir den Jesus hängen? Weil Jesus ist auch nicht die große Menschen, weil die werden die Arme hängen. Und da haben wir auch die Menschen, die am Haken, die in der Wundern, die gehen hier an. Weil Paulus so wahrscheinlich ein Treib, und der kann ihnen sein Testimonie geben für die rheinische Regierungsmänner. Da sind auch viele Menschen da, dass wir ein interessanter Treib. Der hat sich so verdrehen, die eine Angegung, aber in dem sind auch Regierungsmänner, die waren nicht nur die Dahlsäte, und die bekehren, sich ein kompletter Wort hat, und so wieder. Wo meine Bedeutung wirst, so wie also, wir wirklich wirst ein continue von der Erste Bedeutung, von alles hier, wo er darf, mit allen Menschen haben, und dort wo wir unsere Regierung und unsere Powerful, wo die Entschäden gesetzen zu werden, wo wir die beeinflussen werden. Wenn irgendwas fehlt, bei unseren Ländern, nur dass dort die irgendwo andere haben, was die neue tun. Das spät sich so, dass wir auf Kreik unterweich. Und wenn ich irgendwann mit Tita würde gleich ein, wo die Leute noch auf der anderen Seite seien, aber dann komme ich zu sagen, das ist praktisch zu merken von dir. Und ich sage, in meiner Schule, das nicht alle weiß, aber ich sage, sehr, sehr bedeutet, über das Wort an der Regierung, an der Schule, mit allen anderen Kindern an der Schule angeht, und das merkt mich sehr trödig. Aber ich kann sagen, das Wort kann ich wieder mit tun, aber jetzt weiß ich, wie kann ich das Wort mit tun, und das kann praktisch sein, dann würde ich gleich mit nur davon erzählen. Aber ich will die schlechte Ahnung, die ihr allein hatte hier. Ähm, das ist ein Ding, was wir, es ist mindestens nicht, wir sind, wir sind, haben sie ja den Mindset, dass, das Government ist ein, und wir sind etwas anderes. Und, I mean, das ist, das ist, warum wir diese Kolonien hier haben. Wir wollen ein Port an das Country haben. Als Menschen in das Country haben, wollen wir einen Port haben, wir wollen einen Vorstellungen haben, wir wollen alles entscheiden, was wir hier tun. Aber, aber wirklich, dass das nicht reicht. wir sind ja in so einer Gruppe gewesen, wo wir nicht wählen für den Präsidenten, sondern ich weiß nicht, wo wir alles tun, aber wenn ich weiß, für wen ich wählen will, dann wird die andere, ich wähle. wir sind hier in der Welt, und wir, wir sollen uns, alles tun, was wir kennen, dann die Welt, inflößen, einweichen, aber, ich meine, einweichen, nicht Gott, nicht? Ähm, aber, ich sage auch, ich sage auch, in so einer Circle, hier war es, wo, eigentlich eine Geschichte, dass wir, meine Bruder, seine Tochter, sie wollen eine Gries fahren, für die Refugee zu halten. Und sie haben aber nicht das Geld. Aber sie haben einen Wegsel, anstatt. Und wir waren im Stephenswil, Ontario, und sie wollen nur zweitens der Maiermenschen, und ich sage, wir wollen sie halten mit dem Balken, in derimk için und, wenn man einer Püce hat, ane, die Angläufe ans halten mit Mission sei lang nicht, und so du hast immer das so große separation, du hast von in our background von der Kioch und Angläufe, und du hast in separation wir sind King of Gottes, und die sind nicht aber, direkt die Wut Gottes so fiat ankommen, dass Gott brucht dich, und er brucht in Israel und die Königs, wo er brucht dich die König von Syrien die Commandment geben, die Tempel bühen, wo Gott in Angläufe Gentile die König der Brücken den sie in Wallen erfüllen und die Israeliten somebody will do an Influence und go to Influence wie Cyrus, und dann war das, dass es dort und ich glaube, Zaya die Opposite wie soll Zaya Mönchs, und wo immer wir können uns vote haben für was geht oder wo immer wir sollen tun, was wir können ja, eigentlich wenn ich denke, wo wir herkommen, was wir haben getan, was wir haben mit das Gewinn mit den Körgern und den Schäden wie Osmai in den Händen, sei ein guter Job mit den Menschen sein, wie wir nicht mit dem Government haben haben und wir hatten eine gute Übersicht für den Anfang und nicht mal an zu teilen von dem Anabaptist Movement anfängt und wir nicht möglich dass wir können überhaupt in Government die nicht nicht alle däute und dann das hat nicht 100 Jahre in Polen wie nach Verfolgung aber so haben andere Menschen die Governments in der Dachte sich bekehren und dann die Verfolgung und auch so so Ich meine nach Verfolgung wurden alles proben was er könnte um diese große Menschen erregnen ob die Lehre nicht und aber dann als wir in Russia kommen und dann haben Wir haben eine Schule und wenn wir nicht wollen, dann wollen wir die Regierung, wenn wir nicht wollen, dann wollen wir ein paar Jahre wieder an die Schule gehen. Denn sie schaffen alles, was sie können. Die Kinder lernen, die wir nicht wollen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns lernen, nicht bloß die ganze Gruppe in die Gründe gehen, die geringere Menschen erreichen, sondern auch die Regierung erreichen wie das, wo wir die Große und die Welt ändern. Und dann kann ich auch sagen, dass ich nicht so sparen am Anfang zu sehen. Es ist eine Wurst und die Erkenntnis, wenn man sich anhatten, denken über diese Dinge. Gott hat andere Menschen gebrochen. Ich glaube, wir wollen aufsehen und prüfen. Wenn wir toll waren, würde ich nicht so sein, wie wir. Ich muss aufsehen und prüfen. Ich glaube, es muss schließlich bloß losfluten und sagen, wo das eine gute Garde ist und was sage ich dort. Und wo schaue wir in der Community. Und das, wenn ich denke, die beeinflussen das ganz gerade, was wir da tun haben, die Arme halten. Wir wollen ganz gerne an den Fandai, wenn wir sagen, wo wir die Arme halten. Das ist ein Ding. Der andere denkt ist, wenn wir nichts können, dann können wir nicht. Aber von denen auch für Jahren. Nicht bloß können wir werden. Aber die Leute sagen, komm, wir haben eine Explanation. Ich fühle mich, dass wir hier können, weil das sind die Menschen die besitzt. Und so weiter. Und wir sind alle. Und wir haben alle Freiheit. Wir haben eine Rechte, die wir da haben. Wir haben eine Rechte mit einem Twitter-Shacken. Und eine Message-Shacken. Aber es fehlt über Social Media. Das ist eine Conspiracy. Wir haben diere Mornings, die es ausgeschm gemacht hat. Und wir haben das Geld. Und wir haben ja jetzt weiter Kontakt. Und wir können das forge that information gegeben. Also, wie das Wort oder das rôle. Wie die quién Mis motiviert. Bei London? Bei traders? Und einmal? Wir haben gerade Teddy. Sie sagen, das llev нам nicht perfekt. Und wir haben unsere Frage. Wir luckily erweilen. So gut岩 und viele Sachen sagen... Aber wir haben unsere Aufmerksamkeit. Aber wir waren untertroffen. Aber hier haben wir uns gemeint. Einige Dinge müssen wir sagen. Wir können nicht sein, wir sind in Christen. Wir sind Männer von dem Glauben und Christen. Aber ich stehe hier nicht weg. Ich stehe hier weg aus dem Citizen von Mexiko. Ich bedürfe mir die Community. Ich gebe mir ein Wort. Für die Kinder. Die Kinder haben eine Thys-Schule oder diese Schule haben. Dort haben wir wirklich weg. Dort haben wir ein bisschen ein Biespferd. Wo wir die Regierung können beantwissen. Ich wollte mir sagen, dass wir eine große Freude haben. Eine Antwort gekriegt haben. Wir haben eine Schreckliche Freude. Wir haben hier auch Politiker, und die Dippurte haben, die wir beantwissen haben. Dann haben wir eine Schreckliche Freude, wie wir einen Christen machen. Und die Christen würden nur ein Mayor sein, ein Präsident sein. Weil die und wir... Nicht bloß, wie wir gerade so, wie mehr es gerade so ist, mit einem Weltmensch. Was hast du von unterscheiden? Wieso? Wieso? Daher dazu steht? In Guatemala, in Baraibuene Christ, ein Ex-Pastor, war der Präsident von dort lohnt. In Guatemala sind ein Deutsch Christen. Der größte Korrupter Präsident, den wir gehört haben. Wo hast du erreicht? Und das schließt wieder die Antwort. Das ist das. Aus Christen kann ich sagen, wenn die Salzüse aus dem Weltmensch. Das ist das. Das ist das. Meine eigenen Interessen. Wenn wir aus Christen kommen, für meine eigenen Interessen, dann wollen wir dort nur etwas kriegen. Das ist das 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 kriegen. Das ist das, das ist das kriegen. Wenn wir das kriegen. Das kriegen wir an, woran es das kriegen. Kosten für die Unentscheidung. Das ist das kriegen. Das hat einen Impact, und das wird ein Unentscheidung. Wenn wir irgendwo gelingen, das Handelsserver mit der Regierung, bei der Einstellung, dann können wir das nicht auch ein Unentscheidung. Dann können wir das kriegen, wie wir einen Unentscheidung an. Das, was als eigentlich Kosten entsteht. Dann haben wir das Antwort auf eine Frischmacht. Das sind die Unentscheidung. Und so eine Unentscheidung. Dankeschön für die Zusammenfassung. Dankeschön. 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 Ich weiß nicht, dass meine Familie ein Radical ist. Sie werden mit mir, sie werden noch in den Altkne, und sie werden objektiv, vielleicht zwei oder drei, ich weiß nicht mehr, wie viele. Aber für die meiste Part, meine Familie, werden auch ein Gläubiger. Und so, wenn ich eine Family-Gattung fuhr, dass wir nicht bloß spazieren in Südknoten, in Kortenspielen oder so, dass wir mit einem Ziel, mit einem Plum, und mit ihr Bede. Wir haben gesagt, dass wir das aufgehen, dass wir von Jesus reden, dass sie sich bekehren. Und Gott hat sie geschauft in meine Familie, wo sie sich alle bekehren haben. Und in den Family-Gatherings sind sie viel ohne, dass sie sich bekehren. Und ich glaube, der vierte Problem ist, dass wir weit entfernen wollten, wir würden sagen, aber wir haben eine Wege von durch. Und eine Excuse ist Familie. So, so wie gesagt, eine kleine Familie ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn wir dort in Brücken waren, dann wären wir mit Familie zu sein, dann wären wir mit Familie und das für Familie. Wenn wir mit Familie und mit Familie sind, dann wären wir mit Familie. und wir waren mit Familie und dann sagen wir, das ist wie eine Familie. Und vielleicht weiß wir ein Tag nicht, wo wir an den Kindern waren. Vielleicht weiß wir ein Tag nicht, das ist das immer. Und dann denken wir, ich kann nicht mal denen fragen, wo die Kinder sind. Aber wir sagen, wir sind nicht über Familie, wir sind über mich. Und wir haben die Freiheit in Christus, so wie gesagt, wir sind Kinder, wir sind nicht Glauben, aber wir können vielmehr sagen, wenn wir über diese Dinge denken, grüßt eure Family Gathering, dann wird es anders sein. Wenn wir in Tucson denken, hey, haben wir eine Family Gathering, wer wird alle sein, sind alle bekehrt, sind alle nie geboren, also irgendwer wird es noch fehlen, also irgendwer wird es bekehrt, aber auch struggling mit dem, nicht? Und so, ich glaube, wenn wir in Dollar Purposeful sein, wir haben die Family Gatherings, dann werden wir in den Family Gatherings, dann werden wir in den Family Gatherings, das bedeutet... Ja, ich glaube, ich glaube, ich würde sagen, was Isaac sagt, für mich Family sei wichtig, und darauf glaube ich zu tun, dass es ein paar Dinge, die im Nächsten Testament sind, was Jesus lehrt, Ich meine, wenn Jesus, Jesus, ich weiß, wenn er so viele Dinge sagt, was er immer sagt, und dann wird ich gerade denken, was mein Gott? Und ein von den Dingen, was er sagt, ist, dass, wer Futter oder Mütter oder Hüse oder immer, meine Leif aus mir, das nicht wird mit mir oder meinen Kindern gekriegt zu sein. Und dann kann es häufig denken, und ich weiß, dass ich ein junger Christwerk würde, und sie denken, okay, das meint, ich soll meine Family verloren, ich dachte, literally ist es da drin, ich dachte, das wird das Sachen, was ich tun. Und ich habe immer gesagt, ich konnte es nicht mehr, weil einer alles wird krank, so nehmen, aus was die Sachen, das steht der Meinung, die wir tun. Und in der jüdischen Welt würde dann werden, und du hast mir immer gesagt, in der jüdischen Welt, wo die dann werden, du würdest, wenn es jemand wird, Jesus annehmen, die würde in den Lektorien sterben. Wenn du morgen ein Tempel so hattest, wenn du Jesus angenommen, dann musst du dir die Tür ankommen. Und Familie wäre wichtig, aber die Familie, die muss in den religiösen Circle bleiben. Und dann sage ich, Jesus, du sagst, ach, wenn du kommst, um ein Schwert zu bringen, oder auch nicht, um eine Familie zu bringen. Und dann war ich dort, so sei es, wenn wir alle vertuschen, irgendwas für unsere Familien, aber dann war ich dort, wenn du wirst Jesus annehmen, dann kann ich dort dein Leben kosten, in den Anständen, du nicht. Und ich glaube, in diesem Mal, dann habe ich dort, ja, und ich glaube, was du erzählst, dass wir jetzt in den Perspektiven und Kontext lesen, das sei ja wichtig, worum sage ich, Jesus, worum sage ich nicht. Und wenn ich denke, um Familienleben, ich glaube, einzig mal habe ich so gedacht, wir wollen viel mehr Menschen errichten, wenn wir unsere Familie nicht so viel Zeit nehmen, bloß in der Welt, in den guten Prädien. Aber in der Lage, wenn wir unsere Familie reiten, wenn wir unsere Familie reiten, um die Mission zu tun oder um die Envera, dort haben wir, was die Kinder waren, und dann kann ich sagen, was wird passieren. Aber wenn wir an die Kinder reinmachen, wenn wir an die Kinder haben, wenn wir an die Kinder haben, dann bedeutet das, dass die Kinder nicht für die Kinder haben, biologisch. Aber wir wissen uns, dass wir zwölf Jungen reinmachen können, dass wir keine Welt ändern können. Wir wollten die zwölf Jungen machen, wie wir an die Familie machen wollen. Einmal habe ich gedacht, dass wenn ich diese Volumen in der Arten gehen würde, dann würde ich viel mehr erregnen. Aber ich glaube, für Jesus, wie eine Familie sei wichtig, und für die Apostel, wie eine Familie wichtig, was wir einmal nicht sein wollen, dass wir nicht von der Familie reden wollen. Ich meine, Paulus ist der erste Guy in ancient history, der sagt, wie sollen sie so früh bleiben. Du warst gleich von der Familie gerät. Du warst alles von Männern vertellt. Und der simple fact, dass die Reimer sagen, dass sie eine radical sex-life haben, wo sagen die das? Die sagen nicht, wenn sie in der Familie waren, sie sagen nicht, weil sie eine Familie sind. Insofern ist das, die merken uns bloß, zweimal denken, was ist wichtig, oder was mein Ministry. Und ein von den Dingen, wie wir einstenscheinmal haben, Rerek, ihr schon fand, aber ein von den Dingen, wie wir einstenscheinmal haben, und sie, die gekickt, oder nicht sehr gut bezeichnet ist, wenn Jesus sagt, gut an der ganzen Welt, in einem Predigt des Evangeliums, dann habe ich, denn ich sage nur, ich gekickt, Worte, die nicht meint werden, wie würden, sagen wir, dass wir alles vollen, in der Welt gehen, und in der Welt gewähren, wenn eine ganze Familie haben. Wir sagen, Lisa, ich würde zufrieden werden, aber nicht ganz gut, aber alle Isaiah hatten, dann trafen wir in Niagara, von Elmer in Niagara, und fangen durch eine kleine Bibelstunde an, und da gibt es eventuell noch eine Kirche. Aber dann waren wir eingeladen, durch ein Verlaufnis, in der alten Kirche Kirche, wie früher, und es durchfassbar hatten, dass wir, so ist das Modus, und da steht ein Modus, umdessen werden alle dort, und umdessen werden dort, und das dort wird. Wir gingen dort, und wir waren ganze Zeit dort, bis wir waren dort, und dann, vielleicht ein Jahr, dann waren wir ein, dass Menschen hatten dort, nicht bloß beobacht, ich meine, wir wissen, dass wir, die kicken uns, und wir waren da, ein Spectacle für dich, aber, dass Menschen sagen, hey, das bleibt reich, das bleibt schmuck. Und, und die Leute, wir waren, in unserer Bibelstunde, von der höchsten intellektuelles mit dem Wieren, und das werden sich danach bekehren. Aber, so, in dieser Welt, die Menschen, die beiden Bähner legen, die wissen, die wissen, wo man reich ist, aber, wenn die Peer-Pressure, so steht es dort, dann geht der alle nach. Man reich, dann geht der alle nach. was nicht so führt, und dann, weil wir könnten, dort berühren sehen, wo wir im Saal sein, und dann, der bei mir kann checken und sagen, hey, das lädt, das lädt drauf. Und wenn die das nicht in uns sagen, in uns christen, dann wo wollen die das sagen, right? Und ich glaube, was du sagst, ich glaube, ich glaube, einst du mal, dann hab ich gesagt, ich dachte, wir wollen die Welt plus wissen, dass ich Jesus kommen kann ohne irgendeine Welt wissen. Und ich glaube, das ist die Bibel, die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen erklären, das mit dem Führer und dem Kind und mit dem Morgen und dem Morgen in der Früh, der Brügel und dem Brütt. Und das ist glaube ich, eine Ursache. Ich meine, ich will die Welt gut sein, dass Jesus seine Kinder wurden und die Frauen, wo sie dort sind. Und ich weiß nicht, wo das ist. Ich habe meine Familie verloren und ich weiß nicht, wo wir sein, aber ich meine, wo wirst du dort wissen, wenn du nicht in der Familie leben hast? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns lernen, dass Familie, ein Heim, Familie und die Schuhe, es ist sehr wichtig, um die Welt zu wissen, wo das eine Gemeinschaft mit Gott ist. Und ich glaube, weil Johannes auch sei klar, dass wenn wir uns einig sind und wir Brückengemeinschaft haben, wenn wir uns einig sind, dann wird die Welt sein, dass wir sein, meine Dinge. Und so wie kann ich Familie bloß und ich weiß, dass das nicht, was wir sagen, das ist nicht, was wir sagen, das ist nicht, was wir sagen, aber einiges Mal mit Ministry schüben, habe ich einiges Mal Familie leben, vielleicht ein Betafmerken lohnt und sein, das ist nicht so wichtig, nicht? Ich glaube, dass wir hier alle vertellen, das ist nicht unbedingt, dass wir dort bleiben, das machen nicht. Aber ich würde sagen, wo kann wir dort taub bringen, dass Familienleben gesund ist, oder Familientaubkommnis, in der zweiten Taubkommnis, dass wir dort können, was wir wollen erraten, dass wir dort nicht einig sind, dass wir dort nicht einig sind, oder das andere sagen können, dass wir dort die Poste tatsächlich taubt. Ja, wenn ich sage, ich sage, ich sage, ich verstehe, was ich hier gesagt habe, und ich wollte gleich ein Wort zu korrektieren, was ich gerade sehe, und ich sage, wenn ich es andere nicht sehe, was ich hier gesagt habe, dann hier geht der Hohenbord, und ich sage, dass meine Eltern, ich sage, dass meine Eltern, und ich sage, dass der Familie leben wie overrated. Aber wo ich, und in der Kontext, natürlich, ich sage, dass es an die Familie Party selbst-serving, und ich trete dort, dass es dort überrated, uns selbst-serving. So, müssen wir dort korreken. Und das andere Dinge ist, wenn ich sage, dass ich so zufrieden, dass die Die Family Seminars nehmen, eure Klasse nehmen, Tänge abtreiben, Klasse nehmen, Lied dort und so weiter. Ich spreche mit dem Motor und schiebe dort und es ist nichts, gehen dort. Plus, die andere sieht, was Francis Cain sagt, als ein Pastor, der sagt, habe ich einen Konzern über die Missionenwelt von dir. Wenn ich bin, wenn ich Tänge bin, dann kann ich nicht irgendwo anfangen, weil ich bin in der Schule, irgendwo antreiben, wo noch keiner ist. Wenn es Jungen sind, dann haben die Novios, wenn es nicht befriedet sind, einige Frauen befrieden, einige nicht befrieden sind, dann können sie nicht die Brücke sein. Und dann läuft und so wieder. Und dann, wenn es nicht befriedet sind, dann haben die Salzchener, dann schafft er nicht, dass die Missionare sein, und dann haben die Jungen, dann schafft er auch nicht. Und wir haben das ganze Ding von Ritko und der Missionare sein, als Sache bloß, als ein Konzern, wenn das Family Serving. Nun, die ganze Motorsprechung, die sind in der Family, haben ein Beispiel sein, das sind so mit anverschlohen. Aber sie können ohne sie bloß und bloß sein, dort, warum es für sein, dass Jesus seine Jünger, der wird die beste Jünger, die erhört. Aber einer von der Leute, die haben sich. Some von den barsten Parents, er jung oder er Mial, die folgt dort nicht nur. Und die Pressure von denen auch, wenn Family Teachings, so wie das, dass so ein Pastor, so ein Missionary, they have been neglected. And they pressure what they ask. Und ich kann andere Prediger so einen Druck gegeben. Und ich kann ihnen den Beispiel geben. Wir kriegen alles drei, was wir ihnen auch geben. Und was wir sein. Und ich kann mir ziehen, die Schmack, was ich gegeben habe. Die Wiblen, die Jünger, die Freizeit, und die schadet sich gut zu mir, dass der Papa auch nicht Tid fährt. Und ich kann es publically announceen, und ich kann mich so schämt, so Arakidun, und der Dad, der hat Tid fährt. Der Mial ging nicht nur hier so Darm, der ich gesagt habe, weil der Dad hat Tid fährt. Und ich weiß, was wir hier in Chennai, von Jürgen, dort Missionary und Ära, die Eltern, die in den Glackton, die dort, die sind in einem Tid, von einer Warnabeltid, wo ein kleinerer Lied, die Dollar wurde in der Glackton, die alle Tänge aus Missionary, aber der hat das gesagt, und wir haben dort Missionary, die sind in der Prasche, als von der Familie, also wirklich in Druck. Und ich will nur sagen, David Jeremiah, das bedeutet nicht, was ich bei der Familie leben, schüben in einem Bischbauer sah. Bloß, auch aus dem Traum von Missionary, haben wir es nicht zu sein. Der hat schon mal den Family Seminar erreicht, und ihr seht, ihr hört in der Bibel, eine gesunde Familie, die Sachen nicht von können. Und ein von den Apostelgeschichten sagt dort, wenn es Gott ist, alles erfährt wird, man darf hier, dann darf er. Er wird der Schmerz, 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 muss ich dort, dass du kommen seien, aber es wird, wie ein Missionary sein, und Familie haben, und wachttagen, und meine Momente, die man sich online machen kann, das ist eigentlich okay. Die Family Gatherings, wie wir von meiner anderen Brüder ansonsten, dort auf und Jälen vertan, dass sie sich übernacht bekehren. Und nun sind wir über Urlaub bekehren. Das sei ja, ihr seid hier von reden, ich würde gleich, wenn ich noch einmal, ich würde ehrlich sein, wenn meine Familie beim Urlaub hier ist, wir wollen bloß Familien sein. Wir wollen nicht proben, wir wollen nicht proben, wie du noch magst, wir wollen at least ein Gathering haben, bloß eins, ich hatte ja auch noch nicht gesagt. Aber wenn es so normal wird, wenn meine Familie hier nach Wien und wir können einmal weg, dann würden die Fähne mit der Familie reden und sagen, hey, wir sind alle Christen, warum wir uns challengen, warum wir denken, wer kann wir anladen zu unseren Family Gatherings? Wer kann irgendwer, schafft irgendwer, hat irgendwer eine Arbeit, was jemand top schaffen hat, was sehr gut gesehen ist an jemanden. Und nicht bloß den Dursachen und proben, dass die Eiffelien die Kinder so viel, dass ich befreundet, aber erst den Wiesen, wo Familie sitzt, wo scheint es erst, beten und singen. Und natürlich, ich wünsche mir, dass die Eiffelien auch nicht. Und der Untergrund, wo ich will sagen, ist, ich hatte jetzt eine, wo das Gas abfallen, wo ich mal reden, dass ich Engelsch, wir haben unsere Bibelstunde, auf Engelsch, und ich hatte jetzt eine sehr schwere Zeit, und ich sagte ihm, hey, wir haben einmal der Weg, haben wir Bibelstunde, der soll kommen. Und ich vertelte noch lange mit ihm, ich werde vielleicht nach oben stehen, die ich vielleicht nicht kennen kann. Und ich vertelte Eiffelien mit ihm, und wo der Wutgottes uns gejagt, dass wir genug Informationen annehmen können, was wir schweigen. Und das ist, was ich jetzt gelaufen ist, dass wir der Wutgottes uns dort ganz deutlich machen, wo es alles schafft. Und ich sagte, ich würde gleich, wenn er kommt, ans Bibelstunde, und wir wollen direkt die Bibel gehen, dass er, was genug Wort hat, kann annehmen, dass er klar begreifen wird, wer Jesus wird, was er alles getan hat. Und so, ich lade ihn an, und dann sehe ich, Lise dort, und dann früher, wenn er dort okay ist, dass ich bloß um die Bibelstunde geholt habe, früher und irgendwann mal geladen. Und dann habe ich gesagt bloß, weil, wenn das nicht okay ist, dann habe ich, als Bibelstunde lehrt, habe ich gefehlt. Dann habe ich meine Arbeit nicht getan. Wenn du auf einmal, okay, das Angelegenheit ist nicht hier in uns Bibelstunde, was da ist hier? To what do we did, right? Und so, wenn unsere Familiengatherungen so komfortabel geworden sind, dort du auch nicht nur mal abbrückt die Bibel, und du hast keine ersten Influenzen, wer wir irgendwer im den Namen bringen, zu haben, das dann. Ich glaube, wir haben genug Familien in unserer Angebung, wo wir nicht gläubig sind, und dann haben wir immer dann, dass wir, wer sich da bekehlt, eine Familie, und wo ihr Sünder ist, wenn wir nicht nur sein, wir sind nicht in Christen, wir können nicht mehr in eine Familie gehören, wenn wir nicht von der Bibel erzählen, wir wollten sagen, dass wir, wenn wir den Helden Jesen an uns wohnen, dann sehen wir den Tempel von den Helden Jesen, das ist ein Tempel, und worauf ich meine, dass wir bringen, wie Gott seine Gehen würde, eine Familie lernen, und wo wichtig ist, dass wir, in Wahrheit, wie, ich weiß, dass wir nicht sagen, dass wir nicht sagen, Family Gatherings haben, aber einstenscheinmal, dann für jeden, wir fahren, dass wir, wie du magst, und wir mit dir spazieren, und dann bringen wir Gott seine Gehen, und wir lernen, und so sind genügend Geschichten, wo wir können sagen, dass eine Familie sind, dass eine Person, in Wahrheit geboren, und mit den Jahren, dann sind wir Maya, 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 Christenhaft, dass wir hier auf eine Familie, bloß wenn wir in der Familie sind, und wir haben da spaziert, und ich weiß, dass es allmählich, dass, wenn die Familien, alle Christen sind, dass die Menschen, die nicht einmal die Bibel aufmerken, für die Familie, und so, wir wollen, dass wir sprechen, dass wir kommen, wenn die Familie, und wir sehen, dass sie jemanden, wo eine Familie, und wir sehen, und wir weiß, dass die Familie nicht richtig, dass die Familie nicht richtig wird, und wir haben viel gesagt, dass die Familie sich dann bequiert, und sie waren Christen über dem, und so, ja. Ja, ich möchte ein Ding nach, für ein Ding, was ich gehört, dass ich nahe, nach autorischen Kirche, exuer flatsende, und so, und ich möchte loerchen, er, wo ich sagt, dass dies nichtig, ja, nircht den Grecchick gekommen ist, und es gelliyerativ, und es aber noch sentido. Und das ist ein Frühjahr, Mensch, das versteht, wir arbeiten uns bei uns, Wenn wir nicht abholfen, kann man nicht mit Verhältnissen sein, sondern man muss selbst-serving sein. Wenn hier nicht mehr Menschen kommen, oder wenn hier leider jeder Leute kommen, und sie fährt in den Reitenhäusern, wir wollen noch eine Arbeitgeber, die Tüße mit euch haben, wir wollen hier nicht mit euch fahren, all den Weg, wenn ich den Weg habe, heißt das selbst-serving. Und dort ist der Punkt, was ich meine, wenn ich geredet habe, und dort ist der Punkt, was ich meine, von Gaudet, und ich würde gleich sehen, den Sie hier sehen, wo das sehr wichtig ist, und wo ich ganz einverstanden habe, wo du dich vertraust, dass ich heute einmal zu feiern darf, nicht? Ja, jetzt haben wir eigentlich gesagt, und sehr nach dem Mal ist, dass wir kommen hier zum Zelebrieren, wir kommen hier zum Zelebrieren, was Gott in unser Leben steht, nicht richtig weg. Und ich glaube, so sei es, wie wir wollen, wenn wir nicht von weich bleiben, dass wir nicht wollen, uns bloß eine gemütliche Steht merken, und hier bloß taub kommen, weil wir nicht von verjerten, dass wir kaum taub tun, umbäden, wir kaum taub tun, uns freien, was Gott in unser Leben ist gedunhaft, und taub singen, und taub beten, und taub lachen, und uns freien. Und ich glaube, ja, bloß ein von der gode Frucht, du von Essens, dass keiner auf dieser Welt soll sich doll erfreien als Christen, wir sind verjift. Und wenn wir nicht haben taub kommen, zum Celebrating, was Gott in unser Leben gedunhaft wird, wo wir dann überhaupt leben. Und ich glaube, dass es ganz am Plotz, dass wir taub kommen und uns zu den Scheinungen wählen, Gott ist beskraten, Gott ist fein zu uns. Und ich vertaube es in eine ganz karte Geschichte, von einem Pastor, der ich kannte, von British Columbia, johann drei Jahre, was der daiden, in der Church war, der wohne andere Anstände, wie der andere ist, in der Darpa, und so der wohne in Downtown City, wo viele Menschen anwesst, und Nuba wohnt. Und was der daiden, ist in ihrer Backyard, bloß einmal weg taub kommen, und den Pastor sehen, bloß, dass der wohne jeder Weg im Party übertragen würde, wie immer du kämpf. Und er sieht dann bloß, zu mir, dass er vor drei Jahren niemals geprägt, an seine Service, wegen jedes Mal, bekehrt sich, der wird nie schädigt, wo sie daiden, und der wird nie schädigt, wo er Gemeinschaft leben schafft. Dann bekehrt sich der ein paar, der nächste Weg, und ein paar Weg wieder, wo er seine Testimonie mitteilen, er mit zu spazieren, wo er sich an mehr Menschen bekehrt, und er hat eine große Kugel über dem, aber den Pastor sehen sie, wie bloß, dass die würden celebrating, und Gott lud ihn, einer der Lebes ohrbeiden, du, wo die dann werden. Und wo viele Menschen, die zum Glauben kämen, werden wir dort, wenn wir sagen, wo gut diese Menschen dort horden, wo gut die dort jenken, wo die sich gut werden, und wir sind als Christen. Und so, war da, wir wollen weichbleiben, so wie wir können von uns das Comfortable merken, und sagen, wir wollen hier taub kommen, dass es an der Mission steht. Aber, ich kann nicht von vielen, dass das Wort an der Mission steht, wollen, wenn wir in der Welt anluten, und sagen, komm, check, wie wir mit Gott taub daun, ich. Ja, das ist ein scheiner Teil, die Gedanken hier auch, was mir gehalten haben, was ist das, und so sagen, wir wollen nicht die Idee haben, von Gott, dass da nicht, wie wir hier, das eine, das sage ich, dort, die Gemeinde, von der Sitten wird so, dort, die Freunde, die Kirchen haben, der Papa, der begegnet, dann, der Werk sagt, hey, ich sage Papa sind auch, und ich singe zu noch, was er denn, und so nach, vorhin war er Papa, und so wieder, aber das ist mit der Idee, wenn wir nach der Kirche kommen, und bloß Gott hier aus ist, und bieten nicht, dass wir wirklich geben, eine errichtet Message, wenn dort ist, was wir tun, und so, so sei es, wie wir zu feiern, und so wieder, dort, Gott ist, du bieten wir uns, das ist, wo er mir das Papa erst mal ans, oder wegen. Okay, wir haben Ihnen ein Schütze vertalt, also, wir haben von Jundfjern, eine Frau, für Dirt-Timer, von Familientabkommnissen, den zweiten Abkommnissen. Alles klar? So, ich weiß nicht, wenn ich das hier mit, hier und da, ist, ich glaube, wo die Gefahr, wo du jetzt, wo du uns verworren musst, dass wir, wenn wir Familientabkommnissen sind, entweder, und dass du bloß, uns selbst, oder bloß, maglich ist für uns selbst, du soll, immer noch ein wiederes Ziel, du hänger sein, Nicht bloß für uns selbst, aber wenn wir hier, bei der Kirche, ich glaube, wenn ich direkt verstanden habe, haben wir hier, ein Partyhands, das letzte, wir haben ein Kinderdag hier, nicht? Wir haben ein guter Tag, und unser Kinderdag, unser Kinderdag, oder Church, das Kinderdag-Team, der merken, wir wollen Menschen, können ja anladen, Gas herzukommen, und wir haben Gas herzukommen. Ich glaube, wenn ich direkt verstehe, dort werden wir nie, nicht sollen, für jeden, weil wir hier bloß, würden denken, wir wollen hier bloß, keine anladen, wir wollen ein bisschen, ein ferner Tag an, und wir anladen, und in Lexan, dort, die Gefahr wird, wie der Sohn, und wie die Familie, in die Gefahr kommen müssen, die können uns ein Teil Tiet nehmen, und wenn dort, bis zum ersten Mal, du selbst gemaklicht, das gefallen dort, wo du eine Gefahr versetzt hast. Ja, und das ist basically, das heißt, ich muss mich fragen, wo habe ich noch Tiet? Wo nehme ich Tiet? Und dann muss ich, ich muss sich alle die arbeiten. Und ich glaube, das ist für meine Familie, das ist, wenn dort ans Missionkrieg ist, das ist, klar erklärt, das ist, da kommt der Tag, wo die alle abhängig sind, und so weiter, dann, dann, wenn es mal ein Friere, dann, ich weiß nicht, aber, wie, sie haben sie in ihr Familie, ich weiß nicht, wo, jeder muss sich selbst, und ich weiß nicht, dass wir die Friere, da wir in die Tietung, und dann, nicht, was ein, ein Ding, was ich zu sagen, und ich weiß nicht, aber, wenn bloß, wie, doch nicht, purposely, das ist, du hast dich vor, die Blüten, ich weiß nicht, aber, ich weiß nicht, wie ich von der Familie rührt, weil es alles was da ist, das ist was wir da tun, und dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich für jeden von der, die Bibel redet auch von der, nein, das ist, ich traf mich nicht, wie wir sind, so sei gesehen, und, und, ich weiß nicht, von der, der Dächte bist der Land, von der Freten, und ich weiß nicht, weil es so ist, und wir sind nicht, wie ein Topgum, Barbecue haben, und so wieder, aber wenn dort alles was wir tun, ich glaube, dass jeder im Diedlich, dort, 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 der Frau ist gleich nach, ich weiß nicht, dass wir alle tun, ich kann nicht, dass es euch gedacht, ich struggled, ich weiß nicht, was ich getan habe, und ich weiß nicht, dass unsere Familie, wir machen, wir machen, so hier, so bloß, äh, äh, ich gleich, mit meinem Gewassen, einmal vorig zu werden, ich gleich nicht, äh, ich zieh ein, äh, 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 wenn ich, äh, 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 so, so, wir haben hier so, nun, das hat einmal gehört, von, äh, von, äh, nicht 100% geben, alles geben, wir haben, wir haben, äh, Menschen halten, der Regierungsmenschen halten, äh, wir haben hier von, äh, äh, von unsere Partys gered, äh, wie sagen, na, wie machen wir ein Ziel dahin, wir haben, unsere Familien, und unsere zweiten Topkommnis. Ich würde dann, wenn ich mit meiner Familie mit meinem Leben habe, in der Masatland fahren und für den Werk. Ich würde mich nicht schuldigen, dass er mit dort war. Ganz anders, wie wir mit dir. Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Ich würde sagen, dass ich alle anderen nicht so gerne gehen würde. Ich würde sagen, dass ich alle anderen nicht so gerne gehen würde. Aber bloß nicht, bloß Zonntown. Und hier in der Karten-Testimony, ich grüßt, wir sind in dieser Radical Church. Und wir jubeln, wir haben uns alle Fähigkeiten, jeder Friedag, wo wir rückwohnen und prädeln. Und wir haben in London begonnen, wir haben Worsinus, und wir haben singen und prädeln. Wir haben große Sands von Jesus. Und das war jeder Friedag für eine lange Zeit. Und ein einziger Mal haben wir Menschen so sehr da, die wollen uns verdoen. Und ein einziger Mal haben wir Menschen, dass wir uns im Gesicht quälten, wen wir das hatten. Aber wir hatten das am Hort, und wir hatten das. Und wir hatten das für lange, vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre, wenn ich will, aber mein Tietz war unmotig. Wir hatten das für wen, aber auch früher, wo sind wir? Wo sind die Menschen, so auch wir? Wo sind die Menschen, die das wollen, hier? Und das hast du keiner? Und da macht er eine Leadership Seminar, und du hast einen Zeugnis. Du hast einen aufgetragen, und du hast einen Spitz, und du hast einen Papa, und du hast einen Jungen, der sich in der Gemeinde hat, und du hast einen Christ. Wenn du einst, dann wird er rebellisch, und wir haben ein Weg vertreten, und wir haben eine Bohrenbahn, und alle Sachen, in seinem Leben, das war schlank, ein Schlachter wie Addicted, Alkohol und Pornografie und so ein Städter. Und dann bald funkt er in den Mial und dann lebt man da, und sie leben los wieder, das ist das in der Senn. Und ab einem Mal wir in der Appegose und dann wird ein Evangelist. Und er wird in der Appegose, mit einem kleinen Wuss, mit einem Mikrofon und predigt über die Evangelium. Er wird nicht mal interessiert in den Ort, will er verbiegen, aber in der Mial will nicht. Er sagt, wach, 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 harchen. Und er harcht und harcht und harcht. Und als er erst trüßt wird, dann will er seine Bibel. Dann kriegt er seine Bibel und funkt an zu lesen. Und er bekehlt sich. So ein Tag sieht er, den sie meldet, hey, ich bin nie geboren. Ich habe die Bibel nie gestudiert und ich weiß, dass ein Evangelist, der Evangelist, der Appretien da hat, etwas anderes in mir. Und ich weiß nicht, ich bin bekehlt, ich bin ein Kind Gottes geworden. Und dann sieht er, oh, dann sind wir bei. Und wenn er, wenn er ganz klein hat, der Sinder gebetet hat, er sagt, er bleibt immer noch, er ist wie ein Christ. Und sonst ist er, ich war nicht, tut er, ich bin ein Baptist, leid, aber dann bleibt er, dann sind wir bei. Und er wird so ein Fanning. Und dann, ich weiß nicht, was ich trage und mir, es sagt, dass ich hier, ich kriege mit. Ich dachte, du seht noch so nicht. Du hast, ihr sagt, du hast begonnen, und prägen, und du hast ein Tag, wo wir anfing. Ich meine, auch nicht, sei es nicht, aber ich kriege. Aber bloß, dass du nie ein Mal wieder, wo du so ein Harchendeit, dass du begonnen hast, du hast begonnen, dort geif mir mit. Wir waren wieder. Aber dann, dann dreht sich dort an. Dann vertelt er, wo er sich bekehrt. Aber dann, bei mir stünde er ab, und siehst, wo wir hier, oder? Wo wir hier, ist er, in meinem Jahr, noch in Sintwir, und wir werden anbekehrt, und wir werden, wo wir, wo wir die Körg, warum die das so lang, was die da schwirren. Und dann, dachte ich mir so, ich will da, ich sind da. Und so, eigentlich, worauf ich von der Wachnung, wie er, worauf ich, die Mote geif, kann wieder prädigen, wie er, du hast halt, du hast Frucht. Wenn er, ich will, mir schuldig, mir anfallen, dann, dann, da ich so, dann, wo ich abhier. und so, und so, ein Ding, was wir, ein Beispiel, was wir immer wollen, pro Mote geben, als, du sagst, Menschen, was, was das fehlt. Nicht, nicht, nicht proben, im Anteil, wie ein, oh ja, was das, was das, was das, was das, was das, was das, oh ja, wir sollen das dann. See, das schaff nicht. Weil wir, leid war, und da, wir sind, Zeugnisse, so fanden, und ich hielt ein Zeugnis, und dann, Mann, ich weiß, wie du warst, ich weiß, ich konnte, die wir so reichen, das hier, und ich sehe, das nicht, ich bin, ich bin, dass ich bekeh, das, aber, eine Zeug, am an der Zone, gelene, und die Meier, wie, soichnissen hier, in der Meier, hier, die Zand, die Zandzone, und, ähm, mein, 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 das, das, nicht, eine, eine, doge, Religion, wo wir, weiten, okay, wir machen, Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir nicht mehr, was wir kennen und dass wir hier haben, dass wir nicht mehr so viel haben, was wir abgeben, wenn wir ein Meier anladen. Das Ziel ist, dass wir nicht mehr so viel haben, was wir haben und das Ziel ist, was wir haben. Ich bin sehr froh, dass wir nicht mehr machen. Das ist ein Konzept, dass wir uns frei haben, dass wir uns nicht mehr messen. Ich bin sehr froh, dass wir Jesus nur treue an der Ministry. Ab dem einen von der Ministry sehen wir das vor euch. Aber ein paar Dinge, die wir nach Sendul geschrieben haben, die wir immer sagen, dass wir uns verheben. Die wollen bloß mal von Menschen wach sein und wir werden verpüsten. Ich glaube, dass wir uns einmal verheben, dass wir die wichtige Dinge von der Ministry aufpacken, statt zu verheben und die Blumen. Ich glaube, dass wir dort sehen, dass wir Jesus an dieser Welt und vielleicht in dieser Welt sind, dass wir uns zufrieden haben. Wir brauchen nichts mehr. Jesus sagt, gut, in der ganzen Welt geht es nicht. Aber in diesen drei Jahren, wenn man die Menschen reiten will, du weißt, dass wir uns auch klar haben, dass wir uns zufrieden. Ich glaube, wir waren hier mit den Schlütern, bitte, wir haben hören. Ich denke, wir haben eine Frau von Jürgenfurt, die wird noch gerne gleich in die Frau. Muy bien, wir haben jetzt schon gegangen. Ich habe Jürgenfurt, wir haben alle Tippkunden mitgebracht von Leer. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich will die Türkei und ich freue mich am besten mit uns zu beten. Dankeschön, Jesus, dass wir hier mit uns zu beten sind. Wir freuen uns auch, dass wir uns ganz hundertprozentig verlassen können, dass die Olle der Oben das Beste war in der Welt. Wir können mit den Dachbrücken durch, dass wir nicht mit denen gehen, wo du bist. Wir freuen uns, dass die Däupen uns hart lebend sind. Wir können den Port von den Familien und von ihnen kennenlernen. Wir sind die Einheit, die wir nicht haben, wo wir nicht hören wollen, dann können wir uns leicht auslösen und die anderen gehen und sagen, dass wir uns ganz anders sind. Ich bete von dem, wenn wir hier harken und wir immer hier asken, wo du uns anschließt, wo du uns sein sollst, dass wir sollen. Dinge, die wir schauen, dass wir in der Natur allein haben, dass wir die Hand geben können, was er fehlt. Wir wollen gar nicht mehr präsentieren, wie wir es da haben. Wir wollen gleich, dass wir uns hart nehmen und das transformieren wollen. Wir wissen nicht, wie wir die Dinge haben, wie wir nicht geben. Wir wissen nicht, wie wir die Dinge haben. Was immer das meint, ist, dass wir uns präsentieren wollen. Wir wollen uns auf uns zu sein und hören, dass wir uns vermuten können, wo wir uns beten können. Wir wollen ganz, wie wir uns sch Treben- und das Leben lang drehen können. Wir wollen keine Schuld haben, wo wir uns haben. Wir wollen uns schulden, Jesus. Wir freuen uns auf uns. Wir freuen uns für die Freiheit an dir, in denen wir nicht sind, sondern wir sind frei. Wir freuen uns, bei uns zu erleben. Wir wollen uns das Rechte von dir helfen und in der Gute-Botschaft weiterentwickeln. Wir wollen uns geben. dass ihr was an uns freuen und was wir sollen an uns feiern, werdet ihr uns vergift hast. Dankeschön, Jesus, dass du uns Gott bestätst, dass du uns leben wirst, in Jesus' Namen. Amen. Vielen Dank für's kommen. Habt eine gute Nacht.